Denn wenn sie sagen, ich will, dann programmieren sie sich darauf, höchst erfolgreich zu wollen. Weil der Araber sagt, wenn der Gedanke noch nicht abgeschlossen ist, geistig, kann er nie Realität werden. Die Vorstellung ist immer positiv, es gibt keine negative Vorstellung. Sondern an die Sachen zu denken und die Sachen auszusprechen, die du wirklich haben möchtest. Und auch so auszusprechen, wie sie es auch gesagt hat, als ob du sie schon hast. Weil das manifestiert sich automatisch in deinem Leben, in der Zukunft. Denksportaufgabe, nach einer Weile haben sie das raus. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Love Lock Highlights. Ich küsse euer Herz. Und zwar gehen wir mal wieder in ein Video rein von Vera F. Bekenbiel. Deshalb hast du wenig Geld. Innere Blockaden lösen. Anti-Reichtum verhindert Erfolg. Und rein in den Laden. One love, rest in peace, Vera. I love you. Lernen. Aber da lernen wir Wurzel ziehen, da haben wir was davon. Die gute alte Schule, da lernt man so viel, was man noch für spätere Leben braucht. Ist echt geil. Die Programme aus der Erziehung können ja sehr tief liegen. Nehmen wir mal an, sie wollen gerne, von wegen Wille, materielle Reichtümer. Dagegen ist nicht nur nichts einzuwenden im Zeitalter des Geistes, sie können es mit geistigen Mitteln viel besser erreichen als in der Vergangenheit. Ich muss dazu ganz klar sagen, dass ich mittlerweile sehr wenig auf diesen materiellen Vibes unterwegs bin. Also ich habe nicht wirklich so, dass ich mir so Materialismus im Überschwung wünsche irgendwie. Ich bin froh, wenn ich meine Sachen da habe, dass ich meine Arbeit machen kann, dass ich eine gute Message verbreiten kann. Dass ich mich innerlich in meiner Seele, in meinem Herzen gut fühle. Und das Einzige, was ich materialistisch haben möchte, ist etwas, was meine Mutter sich wünscht. Dafür, das ist auch eine krasse Motivation für mich, Gas zu geben, durchzuziehen. Aber selber so, dass ich ein fettes Auto haben will oder voll viel Geld und geile Klamotten und Ketten und so ein Scheiß, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also Materialismus war noch nie so richtig mein Ding. Mal mehr, mal weniger, aber mittlerweile habe ich schon sehr viel losgelassen von diesem Materialismus-Shit. Weil ich gemerkt habe, mich erfüllt das auch nicht. Es erfüllt mich einfach nicht, einen fetten Wagen zu haben. Wenn ich einen schönen Wagen habe, wo ich mich gut fühle, cool. Wenn nicht, auch cool. Ich brauche nur einen Scooter hier in Mexiko. Einen schönen Helm, dann ist alles nice. Hier und da mal materielle Güter ist auch wichtig, aber sich da so drauf zu versteifen und Materialismus über allem zu stellen, das ist das, wo ich denke, da wird es gefährlich. Menschen bewerten Menschen oft nach materiellen Dingen. Wie viel Geld hat der, wie viele Autos hat der, wie viele Frauen hat der, diese ganzen Sachen, die zeichnen für mich aber einen Menschen nicht aus. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen wieder ein bisschen mehr zurück dahin kommen, dass die Menschen nach ihrem Herz bewerten und danach bewerten, was die für Menschen sind. Und nicht, wie viel Materialismus sie angehäuft haben. Weil Materialismus nimmst du nicht mit ins Grab, Bro, kann ich nur widersagen. Wenn sie aber Anti-Reichtums-Programme haben, wird die Sache kritisch. Stila Pallas, ein Trainerkollege, den manche vielleicht kennen, macht ja sehr exklusive Seminare, die nicht wenig Geld kosten, für Leute, die reich werden wollen. Und dann macht er eine Übung in diesen Seminaren. Er sagt, stellen Sie sich vor, so ein Rolls-Royce, so ein großer Schlitten mit Chauffeur, fährt vor dem Hotel vor und da steigt jetzt dieser reiche Mann aus. Was sind Ihre ersten Assoziationen? Und dann rufen die Leute ihm was zu und er schreibt so einen Flipchart und sammelt die Ideen. Was sind die Ideen? Geizknochen. Ausbeuter. Sklaventreiber. Leute, das ist scheiß. Dann sagt er, ich denke, Sie wollen reich werden. Wenn das Ihre Vorstellung ist von reichen Leuten, was wollen Sie denn da in der Kategorie? Gehören Sie doch gar nicht hin. Wir haben unerhört... Was ich sage, also was meine persönliche Message ist so, such deine Bestimmung. Lebe deinen Traum. Mach das, was du auch tun würdest, ohne einen Cent zu verdienen. Dann wird alles andere von alleine kommen. Das ganze Materialismus und so, wenn du loslässt davon und wenn du deinem Herzen folgst, dann wird das alles von alleine kommen. Dann wirst du das sogar im Überschuss bekommen. Mach dir keine Gedanken darüber. Verurteile auch keine Menschen, die viel Geld haben und so, wie sie eben gesagt hat, sondern folg einfach deinem Traum, deiner Bestimmung und deinem Herzen und alles andere wird von alleine kommen. Viele Anti-Reichtumsprogramme nach dem Motto, reiche Leute sind fies und so weiter. Das kann natürlich ein phänomenaler Konflikt sein, in dem sie stehen, wenn sie auf der anderen Seite materielle Reichtümer anstreben. Mary sagt gerade, ich bekomme jetzt bestimmt Gegenwind, aber ein schönes, gemütliches Auto ist eine nice Sache. Nein, wieso Gegenwind? Alles gut, fühle ich ganz genauso so. Hier in Mexiko auf keinen Fall. Also hier, ich brauche hier kein Auto. Ich brauche hier nur meinen Scooter. Und wenn du, ey, na klar. Ich meine, wenn du es dir leistest, wenn du deine Aufgabe erledigst und deinem Traum folgst, kriegst du sowieso Materiales. Kriegst sowieso genug Geld. Du wirst mit Geld zugeschmissen am Ende des Tages. Und dann kannst du ja auch ein schönes Auto kaufen, in dem du dich persönlich wohlfühlst. Aber dieses Überschuss die ganze Zeit, weil ich brauche nicht 15 Autos. Ich brauche nicht 30 Ketten. Und ich brauche nicht mit meinen Ketten überall rumzusitzen und zu flexen, als ob ich irgendwie der krasseste bin. Und meine Uhr die ganze Zeit in die Kamera reinfetzen und so. Weißt du, wie ich meine? Das braucht halt kein Mensch, Bro. Weißt du? Aber so ein bisschen Wohlstand, ja. Bisschen so, dass man für sich und seine Familie abgesichert ist. Dass man sich auch ein schönes Auto holen kann, wenn man möchte. Ist doch was Schönes. Also da bin ich auf keinen Fall Anti gegen. Alle kennen Leute, die sich zum Beispiel als Geschäftsmann selbstständig machen, ob Trainer oder nicht, ist egal. Die unerhört arbeiten, drei, vier Jahre lang unerhört erfolgreich sind. Und dann kurz, ehe sie in die Kategorie reich hineinkommen würden, bauen sie irgendeinen phänomenalen Mist. Jetzt haben sie 100.000 Mark Schulden. Jetzt ist die Angst, dass sie reich werden könnten, vorbei. Jetzt können sie wieder wunderbar erfolgreich würden. Ich kenne ein paar solche Leute und Sie wahrscheinlich auch. Der 10 Minuten Tagtraum, ehe sie sagen, ich marschiere auf das Ziel los, zeigt ihnen, ob in ihnen etwas dagegen ist. Wir haben einen Titel auf der Bücherliste, der wilde, wilde, geschrieben. Müssen Sie unbedingt lesen, wenn Sie glauben. Allein Ihre Stimme fühle ich schon. Diggi, sag ich dir ehrlich. Ihre Stimme ist so leicht rauchig beruhigend. Glauben, dass sie möglicherweise Anti-Reichtums-Programme haben könnten. Auch der, auch der, also der Walde ist der eine und der andere der Geist in der Münze. Wer hilft mir? Tegmeier, Theodor. Die beiden helfen Ihnen hundertprozentig. Ja, suche die Skepsis-Vibes hier. Stimmt aber auch nicht ganz, Bro. Nikola Tesla ist auch seiner Passion oder Bestimmung nachgegangen und er ist arm und alleine gestorben, der Bruder. Sollte auch genau so sein, Bro. War für ihn und seine Seele, für diese menschliche Erfahrung so vorbestimmt. Würde vielleicht nicht so sein, dass wir heute noch über den reden, wenn es nicht so gewesen wäre. Weißt du, wie ich meine so? Sollte genau so sein. Jeder bekommt das, was er verdient am Ende des Tages so. Weißt du? Daran glaube ich wirklich. Er hätte auch mehr den Fokus darauf legen können, materialistisch unterwegs zu sein, als sein Patent zu behalten und nicht aus Gutherzigkeit das Patent abzugeben und auf Geld zu verzichten. Und dann wäre er auch einer von den ganz normalen Erfindern gewesen wahrscheinlich. Aber das hat ihn ja ausgemacht als Mensch. Dieses Herz und dieses, was er getan hat, in welchen Situationen er sich für was entschieden hat. Das ist das, warum sein Name so lange in aller Munde bleibt und die nächsten 100 Jahre oder 1000 Jahre immer noch in aller Munde bleiben wird. Genau deswegen, weißt du? Genau deswegen, glaube ich zumindest. Falls Sie Anti-Reichtums-Programme haben sollten, beziehungsweise das sind Bücher, die Sie Ihren Teilnehmern empfehlen können, die müssen dann zuerst raus. Also bis Sie die 10 Minuten gezielten Tagtraum zu diesem Ziel nicht schaffen, ist mit dem Ziel etwas nicht in Ordnung. Können Sie vergessen, sich auf den Weg zu machen. Sonst passiert das, was Mark Twain gesagt hat, Rauchen aufhören ist die leichteste Sache der Welt, habe ich schon 20 Mal gemacht. Wir alle kennen Leute, die immer wieder Ansätze gemacht haben in irgendeine Richtung. Einmal 10 Minuten gezielter Tagtraum würde Ihnen zeigen, dass der Konflikt noch da ist. Und solange der da ist, wird das Verhalten es nicht retten. Dann nützt Ihnen der Wille nichts. Ist es einleuchtend? So, die zweite Regel, wir reden ja von der Formulierung, prüfen Sie ganz exakt die Formulierung, was Sie wirklich aufgeschrieben haben und da passieren unglaubliche Pannen, wo also der sogenannte Misserfolg vorprogrammiert ist aufgrund der Formulierung. Also da schreibt jemand zum Beispiel, sagen wir mal diese querschlange Dame, schreibt dann zum Beispiel, ich will abnehmen. Das ist ein riesengroßer Mist. Wenn Sie den gezielten Tagtraum machen und diese Formulierung wirklich sich vorstellen, dann merken Sie, was Sie hier im Begriff sind für einen Unsinn zu machen. Wenn Sie das Ziel so erreichen würden, wie Sie es formuliert haben, dann müssen Sie abnehmen, 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 bis nichts mehr von Ihnen da ist. Dazwischen müssen Sie leider wieder zunehmen, damit Sie wieder abnehmen können. Und wir kennen auch Leute, die machen das seit Jahrzehnten. Richtig? Ich will abnehmen, ist eine Verwechslung des Weges zum Ziel und dem Ziel. Das ist das Verhalten, das ich nachher auf dem Weg. Also sagen Sie, jawohl, richtig, stimmt, gut. Haben Sie eine Zahl, von mir aus, bei mir sind es die magischen 62 Kilo Grad an Querschlankheit, der mit der Menge an Schokolade noch gut zu vereinen ist, die ich gerne essen möchte. Also würden Sie jetzt vielleicht schreiben, ich will 62 Kilo wiegen, jetzt kommt der nächste Mist. Was ich Ihnen jetzt sage, wird Ihren Teilnehmern sehr, sehr helfen. Jede Formulierung befinde mich hier im Kontrast zu einigen Erfolgstrainern. Es ist ein Supermarkt, entscheiden Sie, was Sie machen wollen mit dem Gedanken, wenn Sie den anderen kennen. Ich bin der Meinung, jede Zielformulierung mit ich will, ich werde und so weiter, ist zum Scheitern verurteilt. Safe, weil du jagst Dinge. Du darfst die Dinge nicht jagen und sagen, ich will das unbedingt haben. Sei es einfach. Stell dir vor, wie du das schon hast. Stell dir vor, wie du schon der bist, der du sein willst. Mach wirklich Visualisierungen. Stell dir die Sachen vor, die du haben möchtest. Wenn du diesen einen Wagen haben willst, dann geh schon in den Laden rein, guck ihn dir an, red mit dem Verkäufer. Tu so, als ob du dir den schon leisten kannst. Sei es einfach. Das ist wieder auch das, was wir vorhin gesagt haben mit diesem Akasha. Dass eigentlich ja auch alles schon da ist. Man muss einfach nur genug sein, damit man die Dinge auch anziehen kann. Dazu musst du zurück in dein Bewusstsein reinkommen und dir die Dinge vernünftig vorstellen und jeden Tag alles dafür tun, damit du da hinkommst. Und nicht unbedingt auf Krampf die Sachen so jagen. Sei geduldig. Glaube, sei geduldig. Und dann wird alles so kommen, wie es kommen soll. Denn wenn sie sagen, ich will, dann programmieren sie sich darauf, höchst erfolgreich zu wollen. Fühlig. Wir in Grabstein schreiben, aber er oder sie hat gewollt. Das Leben lang sehr erfolgreich. Und einige unserer wichtigsten Ziele sind Ziele, die wir uns nicht trauen, ohne Konjunktiv zu formulieren. Da sehnen wir uns. Da wünschen wir uns. Da hätten wir gerne, möglicherweise, vielleicht. Hätte, wäre, wären auch so Worte. Sprecht die nicht aus, mein lieben Freunde. Ja, so werden sie das Ziel nicht erreichen. Und ihre Teilnehmer auch nicht. In der arabischen Sprache, wenn man ein Ziel formuliert, zum Beispiel, wenn man jemanden segnen will oder wenn man jemanden verdammt. Ist ja im Grunde eine Zielformulierung. Muss man grammatikalisch die Vergangenheitsform wählen. Weil der Araber sagt, wenn der Gedanke noch nicht abgeschlossen ist, geistig, kann er nie Realität werden. Also wir würden vielleicht sagen, geil, fühle ich, Araber, fühle ich, mögest du dir dein Bein brechen und der Araber sagt, du hast dir dein Bein gebrochen. Der Gedanke muss abgeschlossen sein. Geil. Gib mir die Arabian Vibes, Bro. Sie können auch in der Vergangenheit formulieren, wenn sie sich bei der Zielvorstellung in die Zukunft begeben, um ihre zukünftige Vergangenheit anzuschauen. Yassin, Grüße gehen raus an der Stelle. Aber keinesfalls Zukunft, keinesfalls konjunktiv. Also ich wiege 62 Kilo. Punkt. Nicht ich werde wiegen, ich würde gerne wiegen. Eigentlich täte ich ja gerne wiegen. Ich wiege 62 Kilo. Punkt. Wenn Sie Probleme haben, Gegenwart zu formulieren, weil sich da unten irgendwas zusammenknüllt in Ihrem Magen, dann ist das jetzt ein wichtiger Hinweis, dass Sie Probleme haben, es in der Gegenwart zu formulieren. Drücke ich mich ganz klar aus. Und Frage 1 und 2. Können Sie beide mit dem gezielten Tagtraum wunderbar abdecken? Da merken Sie bei beiden Regeln, ob Sie die vielleicht gebrochen haben. So, die Regel Nummer 3 ist im Grunde eine Banalität, aber es zu kennen und es zu können ist natürlich zweierlei. Wenn ich Sie bitte 14 Sekunden lang, 14 Sekunden lang, keinesfalls, zu denken an eine weiße Maus auf einem roten Fahrrad. So. Die Vorstellung ist immer positiv, es gibt keine negative Vorstellung. Wenn Sie mich begreifen, dann nur, weil Sie jetzt leider Gottes dran denken müssen. Diese Anweisung können Sie nicht befolgen. Wenn Sie also eine Anweisung haben, und Zieldefinitionen sind Anweisungen, zum Beispiel an uns selbst, haben Sie ja die Spielregeln von Delegieren nebenbei bemerkt. Eine negative Anweisung ist immer ein Eigentor. Ich esse keine Schokolade. Woran denke ich den ganzen Abend? Schokolade. Völlig klar. Ich trinke kein Bier. Denke und spreche die Sachen nicht aus. Und die Macht der Sprache und die Macht der Gedanken ist so powerful. Das ist halt, wie sie das auch, das beschreibt man immer mit diesem, denke nicht an einen blauen Elefanten und du denkst an einen blauen Elefanten so. Die Formulierung von Worten und auch von deinen Gedanken sind so wichtig, weil, das sage ich ja auch immer öfter, alles was du denkst und sprichst, manifestiert sich so auch in deinem Leben. Weißt du? Achte darauf, wie du die Dinge aussprichst. Achte darauf, wie du die Sachen aussprichst so. Weil das ist einfach extrem powerful. Das kann dein Leben verändern, wenn du einfach nur schaffst, Dinge nicht mehr so zu formulieren, mit diesen Verneinungen und so, weißt du? Keine Schokolade und diese ganzen Sachen so. Sondern an die Sachen zu denken und die Sachen auszusprechen, die du wirklich haben möchtest. Und auch so auszusprechen, wie sie es auch gesagt hat, als ob du sie schon hast. Weil das manifestiert sich automatisch in deinem Leben, in der Zukunft. Powerful. Ich tue das nicht, ich tue das nicht. Ständig sind sie damit befasst. Sie müssen lernen, es positiv zu formulieren. Und das fällt uns sehr schwer, weil gerade wir Deutsche sehr negative Formulierer sind. Wenn Sie mal darauf achten, bei den Diskussionen in der Gruppe und so. Oder wenn wir Fragespiele machen, dann kommen furchtbar viele Fragen in negativer Form. So, diese Annahme, wenn ich jemandem sage oder mir selber sage, was ich nicht will, dass ich dann gesagt hätte, was ich will, ist hanebüchend, wenn Sie mal anfangen, darüber in Zeitlupe nachzudenken. Ich bringe so gerne das Beispiel vom Rasen. Sie haben einen jungfräulichen Rasen gerade gesät. Die ersten Sprießchen kommen da raus. Sie wollen natürlich verhindern, dass der Rasen kaputt geht. Also was machen wir? Schild hinstellen, Rasen nicht betreten. Wenn Sie höflich sind, bitte Rasen nicht betreten. Superb. Das habe ich schon mal gehört von ihr. Welche Vorstellung wecken Sie, wenn auch unbewusst, in den Köpfen all derer, die das Schild lesen, sehen, die sich über den Rasen hart? Geht gar nicht anders. Momentan geht keiner über ihren Rasen. Die Leute begreifen ja, dass sie das nicht wollen, haben das Schild gelesen, sind auch bereit, ihnen zu helfen. Keiner geht heute über den Rasen. Aber eine Woche später liest er das Schild nicht mehr, weiß er ja schon, was draufsteht. Und dann geht er über den Rasen. Nicht, weil er das wollte, sondern weil die Vorstellung stärker ist als der Wille. Auch wenn er letzte Woche gesagt hat, ich will nicht über dem sein Rasen gehen. Nützt das gar nichts. Die Vorstellung hat er und ohne darüber nachzudenken, hartstatt nächste Woche über den Rasen. Das haben wir vorprogrammiert mit unserer Anweisung, Rasen nicht betreten. Drücke ich mich glasklar aus. Glasklar, meine Jutste. Rasen nicht tot, man. Sie sind in Ihrem gezielten Tagtraum. Welche Vorstellung haben Sie? Was schwebt Ihnen vor? Sollen die Leute über den Rasen schweben oder wie oder was? Dann sehen Sie sie außen herumlaufen. Also formulieren Sie es so. Bitte Gehwege benutzen. Das Wort Rasen fällt raus. Sie müssen nochmal total umformulieren. Wichtig. Wichtig. Fällt uns sehr schwer. Gerade bei diesem Rasen, wenn Sie da eine kleine Gruppenübung draus machen, sagen die, ja wie kann man das formulieren? Weil Sie hängen an dem Wort Rasen. Ja, 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 ja. Ja, Digga, voll. Völlig klar, dass ich das nicht positiv ausdrücken kann, solange ich das Wort Rasen verwirre. Antiochien, na man? Oder wir haben die Mutter, die sagt, wie oft soll ich dir noch sagen, du sollst die Türe nicht so zuknallen. Wird sie noch oft sagen müssen. Sie verstärkt ja jedes Mal die Vorstellungen der zugeknallten Türe. Oder Sie kriegen einen neuen Fotokopierer und der Techniker macht Ihnen klar, dass Sie bitte niemals an die... Fotokopierer? Geil. ...an diesem Rädchen drehen dürfen, während der Wagen läuft. Wer es machen wird, wissen wir nicht, aber spätestens nächste Woche macht das jemand. Doch völlig klar, drücke ich mich klar aus. Und das, wenn Sie mit Ihren Teilnehmern üben. Hauptsache, man diese Ansehung, drücke ich mich klar aus, meine Jützen. Drücke ich mich hier gerade klar aus. Fällt nämlich im ersten Ansatz gar nicht so leicht, umzudenken. Also beim Rasen wissen wir jetzt nicht, außen rumlaufen. Okay, was soll die Mutter sagen mit der zugeknallten Türe? Das, was sie wirklich haben will, ich flehe dich an, mach die Türe leise zu, das will sie doch haben. Was soll uns der Techniker erklären? Statt zu sagen, bitte nicht an dem Radel drehen, wenn der Wagen läuft. Bitte nur an dem Radel drehen, wenn der Wagen steht. Das ist eine Denksportaufgabe, nach einer Weile haben Sie das raus. Geil. Aber man muss zunächst bewusst anfangen, darüber nachzudenken. Bewusstsein wieder, da sind wir wieder, Freunde. Wir in Deutschland sehr stark zu negativen Anweisungen neigen. Negative Aussagen dürfen wir schon machen, ist nicht so, dass die Leute alle blöd werden. Aber eine negative Anweisung bewirkt in der Regel das Gegenteil von dem, was sie wollen. Und da kann man sehr schön üben mit der Gruppe, denen am Anfang gar nichts einfällt. Zum Beispiel, die zehn Gebote in der Bibel sind ja keine Gebote. Sind ja Verbote. Ist natürlich kirchenpolitisch, machtpolitisch sehr wichtig. Ein kleiner Seitenhieb an der Stelle, wa? Du sollst nicht begehren deines nächsten Weibes. Gib mir die Weiby-Vibes. Wenn der Pfarrer von der Kanzel, dann sagt er, alle Parteien gedacht haben, sie gehe hin und tue Buße. So schafft man Schuldige. Mit negativen Formulierungen schaffen Sie Schuldige. Haben Sie immer jede Menge Menschen, die schuld sind. Und Sie können Ihren Kunden helfen. Anweisungen in den Betrieben. Angefangen von, dass man in der Toilette gewisse Dinge nicht dahin tun soll. Gehen Sie mal durch die Betriebe Ihrer Kunden, da wo Sie eh mal vor Ort in der Firma sind. Und schauen Sie mal, welche negativen Anweisungen Sie zuhauf finden. Von Kantinenzetteln über Gänge und überall hängt sowas rum. Und helfen Sie Ihren Kunden. Also Freunde, keine negativen Anweisungen, ha? Es ist unglaublich. Weil wir Deutsche sehr stark so geprägt sind, weil über 80 Prozent... Negativity, man. Das sind die Vibes auch, bro. Wenn du in Deutschland landest, direkt Negativität. Ich hab direkt Bauchschmerzen. Sofort. Man gewöhnt sich schnell dran, aber da ist halt sehr viel Bad Vibes unterwegs. Wir sind sehr skeptisch die ganze Zeit. Und nein, Dinger, das nicht. Und das nicht, nicht. Das Wort nicht und nein und so. Das wird sehr oft verwendet, Diggi. Wenn Sie Ihres Verhaltens durch Imitation übernommen wurden, haben wir darüber in der Vergangenheit noch nicht nachgedacht. Als Nebenprodukt von unserer Zielsetzerei können wir das natürlich gleich umlegen, auf Anweisungen geben, delegieren und so weiter. Das sind dieselben Gesetze. Und Sie werden... Jetzt kommt das Wohnwagen. Der Wohnwagen-Effekt. Was glauben Sie, was Sie ab jetzt wahrnehmen an negativen Formulierungen? Mhm. Phänomenal. Crazy. Schärft das Bewusstsein. Voll. So. Ich bin da, Vera. Diesen drei Spielregeln können wir eine Zielformulierung finden. Habt ihr zugehört, Freunde? Mit der... Hab ich mich klar ausgedrückt? ...den Magneteffekt auslösen. Die Amerikaner sagen ja so schön, eine klare Zieldefinition ist der halbe Weg zum Ziel. Sind wir ja schon halb dort, weil die Vorarbeit, das ist das eigentlich Wichtige. Und jetzt werden die Energien da hineingelenkt. Jetzt hören wir aus den Ohrenwinkeln, Augenwinkeln, sehen wir jetzt alle möglichen Dinge, die wir nie wahrgenommen hätten. Weil wir jetzt klare Ziele haben. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Powerful. Das mit ein bisschen Diskussion und kleinen Übungen verankern bei den Teilnehmern, das bringt immer sehr, sehr viel. Weil so klar... Das müsste man eigentlich in der Schule lernen. Da sagst du was, Vera. Aber da lernen wir Wurzel ziehen, da haben wir was davon. So. Wir haben wieder ein Zitat, Herr Klein. I love you, girl. Beste Frau. Top, top G. Top girl. I don't know. Rest in peace, Vera. Geiles Video. Für dich feier ich, hab mich geprägt. Ganz entspannt, meine lieben Freunde, ja. Die Frage wird sehr, 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 sehr viel.